Zuletzt war ich doch da ein. Hast alles, fragte die Mutter am Kochwirt mir entgegen. Alles, brav bist und hungrig wirst sein. Beides ließ ich gehen. Sogleich zog die Mutter mir die klingend hartgefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen Stube zum Essen. Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung. Amen. 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 ZANG EN MUZIEK 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 SWR 2019 Vielen Dank.